Damit herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf MarzipTV. Ich hoffe, man hat mein Und damit herzlich willkommen gehört, weil ich habe jetzt gerade gesehen, dass das Video ziemlich spät angefangen ist. Kann sein, dass man das nicht gehört hat, wenn es so ist. Ist es eben so, scheißegal. Auf jeden Fall sind wir jetzt wieder hier im Avakin Live und zunächst einmal, um erstmal die Sachlage zu erklären, warum ich jetzt zwei Monate nicht da war, gefühlt. Ich glaube, das war wirklich nur ein Monat mit Videos zu Avakin. Es liegt einfach daran, weil FIFA rausgekommen ist, FIFA 20, und ich nebenbei natürlich ja auch viel Schule habe. Und dementsprechend, weil ich den ganzen Stoff lernen muss und ich dann die restliche Zeit in Freunde und FIFA reingesteckt habe, ist Avakin ein bisschen zu kurz gekommen, was nicht schlimm ist. Ich finde ja, das ist eigentlich eine ziemlich große Ausrede, wenn man behauptet, jo, man hat keine Zeit, ein Video zu drehen. Ein Video pro Woche ist eigentlich immer drin. Ich habe es einfach wirklich nicht hingekriegt, beziehungsweise mir hat einfach die Lust gefehlt, in der Zeit Videos zu machen, wenn eh FIFA und so raus ist. Deswegen, ja, das ist auf jeden Fall die Erläuterung dazu. Ich hoffe, man versteht das so einigermaßen. In diesem Video weiß ich noch gar nicht, was ich alles machen werde. Also ihr seht jetzt schon, ich habe meinen Stil noch geändert. Ich habe meinen Avakin erst mal schön gruselig gestaltet. Und demnächst, wenn ich viele Coins wieder habe, habe ich vor, die goldenen Flügel zu kaufen für 150.000 Coins. Ich weiß noch nicht, wann das der Zeitpunkt sein wird, wo es möglich ist, diese Flügel zu kaufen. Aber in nächster Zeit sollte das schon realisierbar sein. Ich würde jetzt mal sagen, wir gucken uns einfach mal das Update an, so insgesamt. Das ist, glaube ich, ganz gut. Ich habe auf jeden Fall ganz viel gekauft zum Halloween-Update. Also vom Halloween-Update. Was war das denn noch? Ich muss jetzt eben gucken. Hier sieht man ja, wo ich jetzt gerade drauf bin, gibt es ja solche Spiele, die man kaufen konnte. So ein Basketball-Korb zum Beispiel oder dieses eine, wie nennt man das Spiel noch, wo man den Puck die ganze Zeit dagegen schießt. Weiß ich jetzt gerade nicht. Auf jeden Fall, diese Spiele habe ich alle gekauft. So eine Box-Area gab es ja auch, wo man so ein Box-Teil boxen kann und sowas. Und das habe ich mir alles gegönnt für 45.000 Coins. Jetzt habe ich nur noch 4.700. Ist aber nicht schlimm. Ja, das wollte ich eben dazu sagen. Das habe ich auf jeden Fall gekauft. So an sich finde ich aber dieses Update richtig cool, muss ich sagen. Ich finde auch so, diese Spukler-Urient, das hat irgendwie was, wenn man da erstmal den Weg bis zur Mitte finden muss. Es kann lange dauern, muss aber nicht. Ich habe das, glaube ich, letztens in 5 Minuten hingekriegt. Man braucht da auf jeden Fall eine gewisse Zeit für. Und diese Sundown-Clubs sind auch ganz cool. Ich bin mal gespannt, was jetzt so demnächst noch so an Sachen zum Halloween-Update kommen werden. Okay, hier ist ja gar nichts los. Alles klar, nur 4 Leute. Ja, da bin ich echt mal gespannt drauf. Und jetzt nochmal das Thema von gerade eben. Warum ich jetzt 2 Monate nicht da war, habe ich ja jetzt erläutert. Nur das Ding ist jetzt, ich habe ja so viele Kontakte auch geschlossen in der Zeit, wo ich richtig aktiv war. Und diese Leute, die ich wirklich da in Kontakt hatte, sind jetzt meistens gar nicht mehr so da, also sind eher inaktiv. Und die meisten von denen sind gar nicht mehr da, wo ich mir so denke, okay, also man kann wirklich einen Monat nicht da sein und direkt verliert man Freunde in diesem Spiel. Das ist dann schon ein bisschen bitter, aber ich bin jetzt ja wieder dabei, aktiv Averkind zu spielen. Ich glaube, in der letzten Zeit habe ich vielleicht 3 Mal mich eingeloggt in das Spiel. Deshalb ist es ja auch irgendwo klar, dass man dann gewisse Leute verliert. Und die Zeit zeigt dann ja auch ganz klar, dass man Friends verliert, wenn man nicht oft da ist. So, ich war ganz kurz verwirrt, weil ich gerade eine Nachricht bekommen habe. Genau, also die Dinger sind ja jetzt hier schön gestaltet, sage ich jetzt mal. So im Halloween-Style kann man auf jeden Fall mit leben. Also den Raum Club Schattenfall finde ich jetzt irgendwie nicht so geil, wenn ich ehrlich bin. Also diese Spukvilla hat überhaupt nichts, was irgendwie ansatzweise cool ist. Natürlich liegt es auch daran, weil wenige Menschen da rein können. Und man sieht ja auch Benutzer gerade mal 378, die dort drin sind. Ja, und jetzt noch eine Sache. Ich muss heute richtig die Infos rausballern. Ich habe vor, mit Averkind irgendwie so ein Projekt zu starten, dass ich zumindest einmal pro Woche, falls das überhaupt möglich ist, ein Video dazu bringen kann. Weil es ist halt einfach so, wenn du in Averkind drinne bist, kannst du nicht immer ein Video produzieren und über deine Vergangenheit und so reden, weil das halt irgendwann langweilig ist. Man kann ja nicht die ganze Zeit zu labern, von ja, ich bin jetzt einen Monat hier und dies hat mir gefallen, das hat mir nicht gefallen und das ist halt langweilig. Ich überlege jetzt momentan, irgendwie so eine Staffel aufzubauen mit Averkind Live. Also gewisse Kategorien, die man dann in den Videos sehen kann. Wie kann man es beschreiben? Also schwierig. Also so eine Serie starten zu einem gewissen Thema in Averkind, vielleicht so eine Themenwoche in Averkind, wenn jetzt zum Beispiel irgendwie was rauskommt, zum Beispiel das Horror Update, dass man dann so die Sachen, die jetzt rausgekommen sind, detailliert beschreibt und zeigt. Das wäre so eine Möglichkeit. Oder irgendwie eine andere Sache. Ich weiß aber wirklich noch nicht, was man da machen kann. und jetzt kommt ihr da ins Spiel. Falls ihr wirklich Vorschläge habt, was man machen kann in Averkind, was man wöchentlich zum Beispiel machen kann, dann erzählt mir das ruhig. Falls ihr so einen Vorschlag habt, dann nehme ich mir das wirklich gerne zu Herzen und werde dann wahrscheinlich dazu auch so eine Serie starten, falls das wirklich anspruchsvoll ist und, ne, anspruchsvoll nicht, aber ansprechend ist. So, da hat das Wort gefehlt. Deswegen, falls ihr jetzt das Video seht, stoppt das ganz kurz und schreibt mir gerne in die Kommentare, was ihr hier sehen wollt. Und falls ihr wirklich Bock habt, mit mir zu spielen hier auf diesem Spiel, könnt ihr das gerne tun, mit mir schreiben und so. Das ist alles möglich. Mein Freundescode seht ihr ja da oben. Also schreibt mir dann am besten eine Nachricht. Ich kenne dich aus YouTube und, ähm, ja, dann weiß ich halt direkt, dass ihr das seid und nicht irgendwelche fremden Leute, die mir manchmal so schreiben. Genau. Dann haben wir das geklärt. Ich glaube, mehr muss ich gar nicht erzählen. Ähm, gut, im Shop gibt es jetzt natürlich auch einige Sachen, die neu sind. Ich finde zum Beispiel das Animationsset ganz cool, den Werwolf, aber ich weiß nicht, ob ich mir den noch holen soll, wenn ich sowieso die goldenen Flügel kaufen möchte. Das ist dann ein bisschen schwierig finanziell, weil die Flügel kosten ja auch ein bisschen was. Ähm, ja. Mehr gibt es aber, glaube ich, auch gar nicht zu sagen. Möbel sind natürlich viele dazugekommen. Diese meine ich jetzt. Diese Spiele habe ich hier gekauft. Jetzt nicht im Halloween-Style, aber im normalen Style habe ich die jetzt geholt. Genau. Aber mehr ist auch gar nicht rausgekommen. Okay. Oh. Es gibt so ein Gefängnis. Ach, geil. Das kann man sogar wirklich kaufen. Das muss ich mir dann nochmal anschauen, falls es da noch was gibt. Naja, wo braucht man das auch? Ja gut, das sieht ganz cool aus, aber ich glaube, das braucht man jetzt nicht, um irgendwie damit irgendwie was zu machen. Ich glaube, das reicht, wenn man es hier so bei anderen Räumen sieht. Weil wo willst du so ein Teil hinstellen im Raum? Das ist ein bisschen schwierig. Und Halloween ist ja irgendwann auch wieder vorbei und dauert dann ja auch, bis es dann wiederkommt. Was ist das hier? Na, auch nicht schlecht. Naja. Gut. Ich würde sagen, das war es jetzt mit dem Video. Ich hoffe, euch hat das Video so ein bisschen gefallen. Wie gesagt, wenn ihr Vorschläge habt, dann bitte schreibt mir sehr gerne in die Kommentare. Und ja, macht's gut. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Ciao.